Plan C? Plan C! Hey! Keine Evakuierung! Weiter mit Tertiärprotokoll! Echo 3! Bestätigt! Weiter zur Markierung! 54 E-Doc! Ihr müsst eines ihrer Mote kapern! Hat's gesagt! Und da machen wir das jetzt auch! Geht schon! Willkommen zurück bei Call of Duty Black Ops 3 in der Kampagne auf Veteran! Dieses Mal hoffentlich ohne Sterben! Weiter! Nichts wieder! Verdammt! Super, jetzt fährt der Mote oder steht toll? Wo schießt so einer? Der Superbomb hinten hat Zugang zum Dock! Los! Ganz nicht erwartet! Jetzt nimmst ihr raus hier! Move, move, move! Woah! Das ist ein Sato, oder? Und... Boom! Oh! Oh! Oh, fuck no! Der ist gestorben! Der Superbomb hinten hat Zugang zum Dock! Los! Ganz nicht erwartet! Jetzt nimmst ihr raus hier! Was ist du? Ist du der Hendrix? Wer bist du? Wer bist du? Okay, Hendrix! Oh, Männer! Könnt's dir nicht schon vorkommen! Na gut, dann zerstör ich's halt! Ah, der Hendrix! Ich hab doch noch bist vorgelaufen! Such dir einen Weg! Ich glaube, ich muss einem Leiden erlösen! Ich übernehme außen! Hendrix, geh rein! Die Überwachung meldet abseilende 54i mit Talon-Unterstützung! Dieser Stil ist unser Weg raus! Los! Haha, der Hendrix! Scheiße! Ich hatte Gott gesagt, nie mehr auf! Lasst sie bluten! Und leiden! Bringt ihnen den Volk! Geist im Anflug! Beschuss ausweichen! Der Geist darf dich nicht erfassen! Geist im Anflug! Ja! Ja! Oh, was ist das? Nee! Ja! Ein bisschen was geht ja noch! So! Wer schießt doch so sau blöd! Ich würde es zum Explodieren bringen! Ach, egal! Niemals! Der Herr! Ich bin so großartig, der 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 St. 5 hat mich ins Fried ihn! Fett, ich glaube, kein Schuss! Ja! Wie ist denn es? Oh! Ah, steht in die Fläche. Ah, das ist von da. Hallo! 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 Allt, stopp! Hahaha, von hinten kann ich das auch. Boah, da siehst du nix. Boah, danke. Das wäre mir so sicher stark machen könnte. Weiter. Durch das Dritte. Da war da noch irgendwo einer. Na ja, da bin ich schon unten. Ah, der ist auch erplumpst. Ah! Huuu! Ist da noch irgendwo jemand? Oh, meisterschütze! Wo fehlt? Cool! Der ist doch nicht weg! Oh, der ist doch schon! Oh! Der ist doch schon. Ah, das ist immer zu doof. Wohl langweilig, oder? Nein? Oh! Ah, nein. Danke. Weeeee! Hier kommt Schalde. Hier ist ja keiner mehr. Oh. Ah, schitten. Ah. Crap. Gib mir Deckung. Der Rival hat funktioniert. Oh. Entschuldigung. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Komm mal am besten hin. Tschüss. Schnauze. Ein Sammlerstück. Mal wieder. Das ist richtig ein Halbdete von mir. Boom. Hey, wir versuchen unseren Fluchtweg abzufackeln. Gibt es Optionen? Negativ. Das ist der einzige Weg zu den Docks. Beeilung. Was? Keine Planung? Jetzt echt echt. Meine Sack. Ja, ein Sack-Track meine. Kann er gar nicht schießen? Ah, grüß Gott. Hä, mach auf. Hey, hol uns hier raus. Hier ist eine Fernung. Ja, los, Lander. Aufzügen. Z-Tracks Einsatz, um zum Freideck zu gelangen. Ich brauche jetzt mal nichts. Ich habe ja gar nichts zurück. Ah, ich brenne. Ich brenne. Ist nicht mehr. Bleib da. Ich hole dich da raus. Wir müssen hier. Wir müssen hier. Ah. Ich kann im Wasser so zielen. Seht ihr das? Ich brauche keine Hände zu schwimmen. Ich gebe das Wasser. Anna doch nicht. Wir haben die Sumpfboote erreicht. Oh, die Kuta. Die Überwachung meldet Immortals auf dem Weg zu euch. Ihr bedient die Geschütze, ich steuere. Oh, das höre ich gern. Oh, das höre ich gern. Einsteige, Neues. Also los, an ein Geschütz. Drück auf die Tube, Cain. Ja, los, Bisch. Oh, das höre ich gern. Oh, das höre ich gern. Boah Ja, jetzt kann man das Ding überhaupt treffen, oder? Huiiii! Nach rechts! Links, links! Links, links! Willst du dieses Scheisskeilen steuern Hendrix? Ich glaube endlich nicht! Ich würde das gerne hinter mir abknallen. Das Ding nervt. Bam! Yes! Ah, jetzt ist er kaputt! Alles klar Hendrix? Ging mir nie besser. Was ist das? Hey, glaubst du Kane hat recht? Glaubst du Taylor hat unsere Leute getötet? Hendrix, was hast du dazu? Einen Scheissdreck habe ich gesehen. Wie jetzt eine Scheissrex? Richtig, oder? Braucht der... Oh, entschuldigung! Braucht der Bestie! Bipo Bipo Bipo! Bipo Bipo! Bipo Bipo Bipo! Einfachere Schwierigkeit. Hä? Outfit unter Quarantäne. Hey cool, das ist grün. Nachdem wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, gehe ich das jetzt mal ein bisschen langsamer durch. Bei den nächsten Neuspielen will ich jetzt nicht mehr anfangen. Oh ja, die Main Award, die Anilator. Huh, ich wollte L2. Schaut, dass man nicht wissen kann, was das ist. Schaut, dass man nicht lesen kann, was das ist. Schaut, dass man nicht lesen kann, was das ist. Ha? Schalldämpfer, ist das nicht... Ah, okay, wie ist das? Barix Visier. Ein Fertigungsgit, Auszeichnung geschafft. 1000 dB, Auszeichnung geschafft. 500 dB, Auszeichnung geschafft. Ein Fertigungsgit, Auszeichnung geschafft. Und 500 dB, Auszeichnung geschafft. Wir drücken auf Fortsätze. Oh! Oh! Level 9. Oh! Level 10! Oh! Level 10! Oh! Oh! 1! 2! 2! 3! 2! 4! 2! Ja. Da würde ich mal sagen, gehen wir dorthin. Und zwar in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.